Hallo, herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ja, es geht mal wieder weiter, alleine diesmal, weil, ja, weil ich wollte halt immer auf die Leute warten und irgendwie hat sich kein Zeitpunkt ergeben, wo man mal zusammen aufnehmen kann oder konnte. Ja, und von dem her habe ich mir mal gedacht, komm, es muss trotzdem weitergehen, weil es kommt halt so selten. Das will ich ja nicht, deswegen bestehen wir uns aber mal bei dem Story-Bereich. Und zwar machen wir jetzt, ähm, genau, die Expedition, finde die verschollene Expedition. Gut, dann suchen wir mal nach. Ach, muss ja hier irgendwo, muss ja hier irgendwo sein. Ich denke mal, ich muss, okay. Bin ich blöd? Die verschollene Expedition ist so eine andere Mission. Ich muss hier, genau, Heldenmission 2, der Fall der Heuschrecke retten, äh, Amile oder Amile Ranzner. Die müssen wir retten, die sind nicht ganz weit dort drüben. Joa, das machen wir dann auch mal glatt. Also. Spielen wir mal ein bisschen. Bisschen Bock drauf. Und mir fällt gerade auf, dass mein Kollege gar nicht bei mir ist. Das könnte also dementsprechend wieder relativ fail werden. Ach, du meine Güte. Die sind echt, äh, ganz schön heftig. Ich, äh, mach mich mal eben aus dem Staub. Na? Also. Haha. Bisschen unterschätzt, Alter. Wie wenig Leben verlieren die denn, bitteschön. Ho, 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 ho. Tja. Bin ich abgehauen, wa? Kommen die mir trotzdem nah? Ich hoffe mal nicht. Muss auf jeden Fall erstmal meinen Gefährten rufen. Ja, da ist er. Hallo, Quysen. Na, was geht? Gut. Jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Alleine war jetzt echt ein bisschen, also. Weil es hier die Schatten kannst du alleine echt nicht viel reißen. So. Dann greifen wir an. No, no, Maslow. Ich will jetzt gar nicht. Na doch, das läuft ganz gut gerade. Quysen hält doch ordentlich was aus. So ist es natürlich nicht. Easy, locker schaffen wir das. Die halten halt nur viel aus, aber so viel Schaden machen, die Quysen gar nicht. No, jetzt dennoch. Fürst das? Boah, es hat ja viel Schaden gemacht. Der war gar nicht mehr so stark. Ich habe aber auch ein bisschen Leben verloren, ne? Also müssen wir nur gerade ausgehen. Ein paar Mobs mitnehmen, aber ansonsten... Warte mal. Oh, scheiße, scheiße. Okay, jetzt ballern wir so wieder auf Quysen, nicht auf mich. Das ist gut. Ey, scheiße, sind das viele. Hilfe, Quysen, helf mir. Heilige Scheiße. Boah, die Fähigkeit macht richtig Schaden, Alter. Ho, 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 ho. Nice. Also alleine ist die Mission echt schon ganz schön übel. Das ist echt... Schon krass, ne? Vor allem die Gegner, die sind ja ordentlich. Aber es ist halt eine Heldenmission und... Dass die nicht einfach sind, das ist natürlich logisch. Aber dort drüben steht die schon. Von dem her... Quysen. Dein Einsatz. Die werde ich jetzt mal fesseln hier. Okay, das war vielleicht nicht allzu schlau. Scheiße, Alter. Boah, ist das heftig, Alter. Ist das heftig. 500 Meter darf ich jetzt nochmal laufen, Alter. Boah, ist die... Alter. Scheiße. Übel ist das einfach nur. Wir sehen uns gleich wieder dort drüben. Das war echt... Das war unnormal. Also. Wie als ob nichts geschehen wäre. Versuchen wir es jetzt einfach noch einmal. Ich habe mich jetzt hier wieder durchgekippt, diese 473 Meter. Sind die Mobs mit... Sind die Mobs noch weg, die wir besiegt haben? Boah, jetzt muss ich echt mal schauen. Also, da sind so viele Gegner. Die da tatsächlich sind echt noch tot. Ja gut, dann... Ist das ja jetzt nicht mehr so schwer. Ich muss mich natürlich jetzt auch beeilen. Weil... Wer weiß, wie lange die noch tot sind. Deswegen... Deswegen muss man echt gucken. Alter, die machen mir so viel Schaden. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Das ist doch wohl... Ich sollte echt auf das Ziel gehen, äh... Wo Quaisen auch drauf geht, weil sonst wird das nix. Das ist jetzt einfach schon der dritte Versuch und ich sterbe mir einfach ran da. Und da ist Gott dazu. Das gehört mir zum Spiel. Mein Gott, dann stirbt man halt. Ich glaube auch meine Rüstung. Warte mal. Ich glaube auch meine Rüstung ist auch mehr oder weniger... Im Arsch, oder? Meine Haltbarkeit? Oh ja. Oh ja. Okay. Die muss ich auf jeden Fall wieder reparieren. Das machen wir dann nach der Mission. Aber... Tatsächlich, es scheint sich hier... Äh... Zu speichern. Und es regt mich gerade ein bisschen auf, dass ich auch noch diese... Kurzen... Frame-Drops habe. Aber das sind natürlich wieder die ganzen Gegner da. Ach, komm schon. Ja, zu legen, komm schon. Jetzt muss es doch klappen. Na los. So, wie gesagt. Quaisen. Angriff. Ich greife jetzt den an. Wo Quaisen auch angreift. Und ich darf... Nicht die ganzen Gegner pullen. Das ist nämlich nicht gut. So, jetzt greife Quaisen die an. Dann greife ich auch mal an. Gut. Jetzt geht Quaisen auf die. So, verliert Quaisen richtig viele HP, aber... Ähm... Naja. Ich wäre ja jetzt schon längst tot. Der letzte. Der letzte. Okay. Nochmal Power tanken. Nice. Jetzt heilen wir uns erstmal... Ja gut. Das war vielleicht mal ein Fehler, den ich... Vielleicht nicht unbedingt hätte machen sollen. Da die ganze Zeit mir einen anderen Gegner auszusuchen, weil... Quaisen hält nun mal mehr aus als ich, ne? Und das ist halt... Da muss man halt schon vorsichtig sein. So, dann versuchen wir es also nochmal. Ach, Quaisen soll sich echt jetzt endlich mal halten. Ich konzentriere mich jetzt auf voll und ganz auf das Spiel. Äh... Ich versuch's einfach mal. Ich versuch's einfach mal. Ich geb ihm Deckung, wie ich kann. Es darf halt nur keiner jetzt auf mich gehen. Komm schon. Was packen wir noch hier? Nice. Und ich blinke wieder so schön blau. Haha. So. Heil dich mal, mein Lieber. Bam. Gehört das überhaupt zu den Missionen dazu? Oder was hab ich da jetzt gemacht? Vielleicht hätte ich das schon vormachen sollen, weil dann... Hätten die Gegner noch mehr Leben verloren als... Als... Ja, vielleicht... Wenn ich da jetzt sofort aufgeknallt hätte... Vielleicht hätten die dann ein bisschen mehr Schaden gekriegt. Das kann ja sein. So, jetzt muss ich gucken. Diesen Leuten an. Aber hier sind mit Sicherheit noch irgendwo Gegner. Da wette ich mit euch drauf. Sind schon wieder los mit dem... Oh nein. Ich muss wegrennen. Ja, ist klar, Alter. Ne, ich muss... Ich muss weg hier. Ich muss weg. Ich muss weg. Sonst bin ich tot. Es tut mir so leid, Leute. Aber... Haha. Ich geh da jetzt kein Risiko ein. Aber warum leckt das denn die ganze Zeit so? Das ist... Wie scheiße ist das einfach nur? Oh, Quaisen kommt einfach mit. Sind wir noch in Reichweite? Ja, wir sind noch im Kampf. Alter. Ja, wir sind immer... Oh, sie kommen. Sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Weg hier. Ich stelle mich wieder an, ne? Es ist unglaublich. Unglaublich ist das. Scheiße. Ach, komm schon. Ich hab die nicht gesehen. Boah. Jetzt bin ich wenigstens ein bisschen vorgewarnt. Ich hoffe, jetzt sind halt nur nicht wieder die Gegner respawn. Das ist natürlich scheiße. Leckt es jetzt immer noch? Was ist das? Was sagst du? Ich wollte gerade sagen. Was ist denn das denn für ein Umhang hier? Was ist einfach nur ein Gegenstand? Ich bin aber vorgewarnt. Boah, ich bin so schlecht. Ich hätte vielleicht... Also der Jedi-Schatten hat so seine Vor- und Nachteile. Na klar. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich total schlecht mit dem. Der hält irgendwie nichts aus. Aber es leckt einfach schon wieder. Boah. Angriff kreisen. Jetzt nutzen wir die. Ja, jetzt kriegt ihr alles zurück, was ihr uns angetan habt. War volle Breitseite. Der ist böse. What the fuck? Den muss ich, glaube ich, besiegen. Warum greift er mich jetzt nicht an? Hör mal. Naja. Ist ja wurscht. Wenn er nicht angreifen will, dann will er halt nicht angreifen. Dann kriegen wir trotz den Down. So ist es nicht. Hey, gegen so Bosse, die irgendwie alleine sind, komme ich besser klar, wie als wenn ich jetzt hier... Okay. Komm ich besser, glaube ich, als wenn ich jetzt hier alleine gegen jemanden kämpfe. Gefängnissteuerungsstelle. Gefängnissteuerungsstelle. Jetzt müssen wir hier hin. Oh, da ist sie. Oh, hallo. Da hocken gleich mehrere. Da ist sie. Ich war nicht einmal sicher, ob meine Nachricht rausgegangen ist. Prima, wir müssen diese Mission zu Ende bringen und die Heuschrecke fangen. Lebendig. So. Tut mir leid. Es ist kurz jemand ins Zimmer gekommen, deswegen muss ich das rausschneiden. Das kann ich erledigen. Das kann ich nicht verleihen. Ein weiterer Boss. Ein weiterer Hügner. Ein weiterer Hügner. Ach du Scheiße. Alter, sind das viele. Ja und Kwaisen steht da, wie? Kwaisen steht da, einfach. Wie die mich einfach überhaupt nicht sehen. Los, Kwaisen. Nicht schaffen wir hier. Ja, das Spiel macht schon Spaß, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich glaube jetzt auch den richtigen anderen, das ist natürlich jetzt der Boss, ne? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich diese Mission jetzt nicht schaffe. Ich hätte es vielleicht ein bisschen schlauer machen sollen und den vielleicht erstmal fesseln sollen. Ne, ich glaube, das schaffen wir nicht. Kwaisen ist schon mal tot. Ich auch. Vielleicht hätte ich für die Mission noch erstmal... Also vielleicht hätte ich jetzt... Oh, Scheiße, Alter. Jetzt darf ich nochmal... Vielleicht hätte ich auch ganz einfach... Ähm... Ich will nur... Achso, falsche. Ja, die Musik kann jetzt mal endlich wieder aufhören. Wir sind jetzt nicht mehr wirklich hier in Gefahr. Scheiße, Alter. Vielleicht hätte ich auch erstmal andere Missionen machen sollen. Weil mit Level 16 kommst du echt nicht weit, glaube ich. Hätte vielleicht die hier erstmal machen sollen. Aber die bietet sich ja eigentlich an. Aber die Heldemissionen sind ja immer ultra heftig. So. Bis später, Thomas. Ich wollte die Missionen ganz gerne noch zu Ende machen, aber... Oh. Boah. Was ist hier dieses Scheiße hier noch? Wie viel Müll habe ich eigentlich? Müsste ich bald mal wieder was verkaufen, wa? Generell, also... Es kann auch sein, dass ich so schnell down gehe. Auch gerade deswegen, weil meine... Weil meine Rüstung eigentlich so gut wie im Arsch ist. Deswegen, ich muss unbedingt auf der Karte... Äh, mal zu einem Händler. Aber ich hab halt wirklich... Ich bin halt so faul. Ich hab keinen Bock, dorthin zu gehen. Weil ich jetzt ganz gerne eine Mission weiter machen möchte. Und fertig. Weil wenn ich jetzt beim Händler bin... Dann ist natürlich die Sache die... Dass ich... Äh... Ja. Dass die wieder respawnen. Und dann darf ich wieder alles von vorne kämpfen. Hab ich natürlich dann... Kein Bock drauf, ganz ehrlich. Deswegen möchte ich das erst mal zu Ende machen. Dann können wir auch später auch noch zum Lehrer, weil wir... Steigen wir bald Level? Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, ja. Dann kämpfen wir nochmal gegen die hier. Warum denn nicht? Die hinter uns klacken uns jetzt auch an, ne? Ja, nice. Und einer visiert mich jetzt natürlich jetzt volle Kanne an. Scheiße. Wie ich die eine Fähigkeit manchmal machen... Machen soll oder das... Check ich jetzt... Oh, jetzt lag die Kacke so. Ach, ich bin schon für 17. Deswegen, okay. Und dann... Ist es... Dann ist es nicht schlimm. Nehme ich den Lag gerne in Kauf. Ah, komm schon, Kweißen. Wenn wir die jetzt nicht erledigen... Wäre doch gelacht. Level 17. Sehr nice. Ich muss unbedingt bald echt mal zum Lehrer. Neue Fähigkeiten lernen. Es ist zum Kotzen heute. Ohne Spaß. Es ist so dreckig. Ich hab einfach... Oh. Ich mach euch... Ich mach drei Kreuze, wenn ich... Bald mal irgendwann mal einen neuen Computer hab. Es ist ja das... Es ist nicht zum Aushalten. Ohne Spaß. Es ist nicht zum Aushalten. Ich muss die ganze Zeit gucken, dass ich die Aufnahme stoppe. Die Aufnahme wieder neu auf... Also neu... Von neuem starte. Dass ich denn... Dass diese... Dass diese Lacks hier teilweise so weg sind. Weil dann hilft es irgendwie so ein bisschen. Vielleicht soll ich auch einfach Chrome ausmachen. Ich hab ja nicht den übelsten Arbeitsspeicher. Und ein gelecktes Lameplay möchte ich euch auch nicht so gerne liefern. Das ist... Kommt total... Das kommt total unprofessionell. So, da stehen sie wieder. Da hocken sie wieder. Das ist der Anführer. Du gehst jetzt mal bitte auf den Quisen. Dann würde ich den Anführer fesseln. Müssen wir ein bisschen strategisch vorgehen. Na, klasse. Na, ganz toll. Jetzt hab ich natürlich jetzt hier... Oh, scheiße. Wir müssen erstmal die alle besiegen. Das ist ja irgendwo klar. Oh, Quisen ist gleich schon mehr tot. Na, jetzt hab ich meine... Ah, was mach ich? Was drück ich hier denn eigentlich? Oh, Opfer das schaffen. Da bin ich mir ja nicht so sicher. Quisen ist zumindest gleich tot. Oh, scheiße, Alter. Ich hab das Gefühl, ich schaff's nicht. Das wird ziemlich knapp. Das wär jetzt richtig ärgerlich. Nein, ich schaff's nicht. Alter, ich... Ich raste gleich aus. Ich raste gleich sowas von aus. Warum steht da denn jetzt nur einer? Boah, Leute, ohne Spaß, Alter. Diese Lacks, ne? Dann hab ich ein bisschen... kleinen Zeitdruck. Und dann sterb ich andauernd. Das ist... Es ist so witzlos. Und ich lärte so wenig Leben. Boah, ich... Könnte echt... Ich könnte durchdrehen. Ohne Spaß. Hier ist gleich ein Händler, oder was? Meldet ihr ihre Beschwerden. Dann gehe ich jetzt erst mal zum Händler. Reparatur. Lass ich jetzt erst mal alles reparieren. Und, äh... Medipack könnte ich mir holen, wa? Ja. Also ich hab da echt wirklich keinen Nerv mehr drauf. Obwohl ich hätte mir jetzt auch... ein Standard-Medipack holen können. Das ist natürlich dann noch ein bisschen was besser. So, ne? Die anderen Sachen... Die anderen Sachen verkaufe ich dann später nochmal. Ja, hab ich sortiert. Einfaches, geringes. Ja, die anderen brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ja gut, dann sehen wir uns gleich noch einmal wieder. Da drüben. Und ich hoffe mal, dann schaffen wir es. Mit unserer... Ich hab jetzt alles repariert soweit. Und danach gehen wir vielleicht zum Lehrer. Mal gucken. Also, bis gleich. Okay, irgendwer hat hier schon ein klar Schiff gemacht. Ja, ich hab, ähm... Chrome ausgemacht. Hab ich mir mal eben, äh... Bin nicht mehr eben so frei gewesen. Jetzt müsste es auf jeden Fall... Ja, lag-freier laufen. Das hätte ich vielleicht schon früher machen sollen. Ich hätte auch schon früher mal eine Rüstung reparieren sollen. Naja, aus Fehlern lernt man halt. Die Gegner sind Gott sei Dank immer noch weg. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir das jetzt... Beim vierten Anlauf schaffen. Es ist einfach... Es ist einfach so peinlich und... Unangenehm, dass ich so ein schlechter Spieler bin. Aber... Ja, tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid. Da stehen sie wieder. So, pass mal auf. Machen wir das wie gehabt. Angriff. Dann werden wir den wieder fesseln. Müsste das doch jetzt eigentlich... Besser laufen. Komm schon. Kweißen, hier, hier. Hier. Greif ihn an. Dann haben wir alle. Jetzt gäbe es nur noch den. Kweißen müsste sich auch mal heilen, Alter. Komm schon. Komm schon. Gib alles. Mein Freund. Wir packen der schon irgendwie. Oh, Kweißen ist tot, aber er auch gleich. Tja, ich halte auf jeden Fall mehr aus. Komm schon. Komm schon. Ja. Boah. Da könnt ihr mal sehen, was das alles so ausmacht, ne? Kann ich nicht tragen, ne? Schwere Rüstung kann ich... Ach, komm schon. Da könnt ihr mal ausmachen, was Rüstungs reparieren. Und was, ähm... Ja. Ja, ich hab eigentlich nur meine Rüstung repariert, ne? Könnt ihr mal sehen, was das alles ausmacht. Bisschen strategisch muss man natürlich dann auch sein. Jetzt mal Kweißen wieder beleben. So. Jetzt muss ich hier hin. Ach du meine Güte. Es ist eine ellenlose lange Mission. Aber man muss dazu sagen, man muss auch dazu sagen, es ist eine Heldenmission, ja? Und, äh... Die Heldenmissionen, die haben es natürlich in sich. Hatten wir ja schon mal so. Dass wir halt anhornig gestorben sind. Aber da kann ich jetzt nichts dafür, sondern... Die sollte man ja echt nicht auch immer... Okay, man kann sie halt auch zu zweit machen oder sowas, aber... Ohne meinen Begleiter wäre ich echt eh aufgeschmissen, weil... Es ist halt echt schon krass schwer. Jetzt muss ich warten, bis ich Kweißen heilt. Irgendwie kann er das gar nicht, hab ich das Gefühl. Aktuelle Rolle, Tank. Kann da auch erstmal bleiben. Ich müsste jetzt hier echt nochmal gucken. Wo ich quasi nochmal ein bisschen... Ah, hier. Okay. Kann ich jetzt hier, wie gesagt, nochmal ändern. Heilung. Heilung wäre auch nicht schlecht, aber... Das lohnt sich bei mir nicht. Der heilt natürlich jetzt nicht sein Leben, ne? Weil das ist halt einfach... Ach Gottchen. Ey. Ach so, ich kann auch hier gleich Rollentausch machen. Ja, dann verkauf mal Schrott, Kweißen. Und heil dich bitte in der Zeit. Mehr als warten kann ich jetzt nicht, ne? Hier. Gut. Ich melde mich dann mal wieder. Muss eh gerade... Ich mach kurz mal eine Aufnahmepause, und dann nehmen wir später nochmal auf. Dann melde ich mich auch wieder, wenn Kweißen sich vollgeheilt hat. Dann werde ich hier irgendwo in die Ecke gehen. Und... Obwohl, ich werde eh wieder rauskatapultiert, ne? Benutze diesen Pass, ermöglicht diese Reise zu einem sicheren Bereich in der Nähe. Ziel ist der Fall der Heuschreik auf Taris. Warte mal. Dann benutze ich das so einfach mal. Wohin werde ich denn dann hin teleportiert? Ach, nö. Ach, nö. Ich dachte, jetzt werde ich hier irgendwo hingesponnt, wo, äh, wo ich auch irgendwie hin muss zu meiner Mission. Aber das ist ja... Das ist ja richtig weit weg. Ist ja bescheuert. Ja gut, Leute. Dann, wie gesagt, er hat den Schrott verkauft. Wir sehen uns dann, äh, ja. Ich will die Mission halt fertig machen. Später nochmal wieder. Bis dann. Tschüss. Und danach gehen wir zum Lehrer, wenn es zeitlicher passt. So, also... Weiter geht es. Okay, die Gegner sind mittlerweile wieder respawnt. Und mein PC stirbt gerade wieder ab. Oder? Ne, wir brauchen mal so ein paar Sekunden, oder? Ja, doch. Gut, wir greifen jetzt nochmal ein paar Gegner an. Wir müssen ja jetzt gleich rechts rum. Oh, von oben kommt wieder einer. War ja klar. Zack, hier. Einfrisst das und das und das und... Das ist ein Steiner gegen den Kopf. Na, komm schon. Ach, schon tot. Ich wollte gerade noch eine Druckwelle machen. Man merkt vielleicht, ich bin ein bisschen gechillter als vorhin. Joa. Kann man, kann man so unterschreiben eigentlich. Bin ich auch. Vielleicht hätte ich jetzt erst aufnehmen sollen. Naja, ist ja auch wurscht. Geht es auf jeden Fall schon wieder heiß zur Sache. Ach du Scheiße. Mann, falls Schwierigkeiten mache ich die erst mal. Oh, ich hätte das... Ja, vielleicht hätte ich es doch nicht machen sollen. Weil jetzt gehen sie gleich alle auf mich. So, den haben wir auch. Dann gehen wir jetzt hier auf den. Haben wir auch. Jetzt muss noch... Es muss noch der dran glauben. Jetzt muss ich mich erstmal eine Runde heilen gehen. Ach ja, hier wären ja wieder die... Explosiven Fässer gewesen. Ich sehe die immer nicht. Ich sehe die dann erst immer... Wenn es eigentlich schon mal vorbei ist. Wenn es sich nicht mehr lohnt. Naja, ist ja auch wurscht. Wie ist denn der gestorben, Alter? Ha, das ist manchmal zu geil wie die verrecken. Gibt es da noch was zum Einsammeln? Nö. Gut, dann machen wir jetzt mal auf die Schnelle. Gehen wir eben nochmal zu den Gegnern hin. Hier wollte ich mich ja letztes Mal heilen. Boah, das... Ob ich das wieder schaffe? Ich kann nicht... Ich kann für nichts garantieren. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier... Er wird ihn angreifen. Die werde ich betäuben. So. Quyzen! Ach, der lebt ja noch. Oh mein Gott. Komm schon. Na gut, dass du alle pullt. Muss ich nichts machen hier. Zack und zack. Ich finde, Star Wars World Republic kann man so ein bisschen mit... Die sind schwach. Kann man so ein bisschen mit Star Wars Knights... Nein, nicht Knights of the Force, Knights of the Old Republic vergleichen. Sind ja beides Star Wars Rollenspieler. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den beiden lieber spielt. Ob ihr... Ob ihr... Äh... Eher mehr... Weiß ich nicht. Ob ihr die... Ob ihr das Offline-Spiel irgendwie... Teil 1, 2 mehr mögt. Von früher dann halt noch. Oder ob ihr... Dieses Online-Spiel von EA mit der... Besseren Grafik natürlich... Ob ihr das mehr mögt, weiß ich ja nicht so. Ich grabe jetzt von dem Fall nochmal an. Attacke. Attacke. Der... Der tut natürlich wieder ultra viel aushalten. So, jetzt ist die noch. Zack. Bin ja gespannt, was ich hier in diesem Spiel alles noch erlerne an Fähigkeiten. Wenn der jetzt schon so krass geile Fähigkeiten hat, der... Hier die Schatten. Der Bots... Botschaft, dass das... Das doch, ne? Hier die Schatten. Taris Republik-Spieler. Schade, dass es nicht dabei steht, weil ich bin ja jetzt nicht so... Ich hab das teilweise schon wieder vergessen. Dass ich hier da jetzt genau bin. Sind wir... Oh, das geht doch relativ zügig. Da ist die Heuschrecke. Das ist zwar keine Heuschrecke. Ist das noch... Sieht mir so aus wie eine Heuschrecke. Ist aber keine Heuschrecke, glaube ich. Da ist es nur so. Gut, dann pull ich jetzt einmal. Na, ach du meine Güte. Ja, die Heuschrecke, die ist wieder alleine. Hier könnte ich wieder drauf gehen. Ich hoffe es aber einfach mal nicht. Hm? Das könnte auf jeden Fall... Es ist ziemlich eng. Ach du Scheiße. Meine Gesundheit. Meine Gesundheit. Oh nein. Ich bin gestorben schon wieder. Hahaha. Alter, wie oft sterbe ich bitte schon in diesem Spiel? Boah. Meine Güte. Schon wieder gestorben. Wo bin ich? Ich melde mich gleich da nochmal wieder. Also ich schneide das raus. Jetzt auf jeden Fall mal. Weil wir sind halt schon in der Überlänge. Das frisst einfach zu viel Zeit, wenn ich da jetzt wieder hinrenne. Und dann möchte ich wieder mitnehmen. So, da wären wir auch schon wieder. Da muss ich mich aber ranhalten hier. Ich habe auch fast überhaupt keinen Festplattenspeicher mehr. Das heißt, ich muss jetzt darauf achten... Wenn... ...fraps jetzt aufhören sollte, aufzunehmen. Dann muss ich darauf achten, dass ich nicht weiterspiele. Meistens unterbewusst merkt man das gar nicht richtig. Ich kriege das nicht immer mit, wenn der jetzt sagt hier... Ich nehme nicht mal auf. Na gut. Wir sind jetzt gestorben. Ist egal. Ich kümmere mich jetzt erst mal um ihn hier. Diese Fähigkeit ist übrigens dafür da. Das habe ich jetzt erst so ein bisschen durchgelesen. Dass ich... Wenn ich im Nahkampf kämpfe, ein bisschen mehr Schaden mache. Das heißt... Ich habe jetzt hier... Ähm... Weniger Macht. Ich habe jetzt verbraucht, halt richtig viel Macht. Aber für 6 Sekunden oder so... ...mache ich dann mehr Nahkampfschaden. Sollte man also machen, wenn man... ...den Gegner schlägt, dann ist das echt... ...macht das auf jeden Fall mehr Schaden. Und es ist schon sinnvoll, wenn man das dann einsetzt. Von denen her. Körperlichen Element Schadensreduzierung. Gut, dann greife ich nochmal an. Werde ich jetzt nochmal hier draufsetzen. Ah, wieder so viele Gegner. Und ob ich es diesmal schaffe, ich bin mir nicht sicher. Da brauche ich überhaupt gar keine Medi-Packs mehr. Von dem... Oh, der einer schießt viel auf mich. Hilfe quaisen, Hilfe quaisen. Alter, war das knapp. Ich dachte jetzt verreckig wieder, ernsthaft. Ich habe jetzt gedacht, ich sterbe wieder. Aber ich habe es noch überlebt. Da ist er. Die Heuschrecke. Ja, der wird uns jetzt zerficken, das sage ich mal so. Ich denke, ich habe da jetzt nicht so einen relativ... Na, mal gucken, ob ich den irgendwie... ...ob ich den irgendwie down kriege. Gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall volle Leben. Probieren wir doch einfach mal. Ja, er hat auf jeden Fall keine Hilfen. Jetzt haue ich rein. Ich kann nochmal aufladen. Zack. Zack. Ich kriegst noch einen Stein ab hier. Ja, das... Ich will jetzt nicht sagen, wir sind schlecht. Das ist doch ganz gut eigentlich gerade. So, dann setze ich mal meine Schattentechnik ein. Schattentechnik. Ja, ist okay. Ich glaube, ich kämpfe gerade relativ richtig. Jetzt benutze ich meine Schattentechnik wenigstens auch mal. Bringt jetzt auf jeden Fall ein bisschen was, ne? Ja, wir haben ihn. Okay. Nice. Ah, reden wir mal mit ihm. Da klingt aber jemand verängstigt. Bleibt ein verhasster Pirat. Oder werdet ein mächtiger, respektierter Verbündeter der Republik. Ich bin es. Ich bin es. Daran gibt es keinen Zweifel. Okay. Gewöhnliche Datenkristalle. Achso. Okay. Ja, Mission erledigt, würde ich mal sagen. Die Heuschrecke. Die ist jetzt ein Wurm. Wenn man so will. Ein armes Würmchen. Genau. Ist jetzt verhaftet, sage ich jetzt mal. Und dient jetzt der Republik. So einfach kann es gehen. Und so wie ich das gerade verstanden habe, sind wir eigentlich durch mit Taris, ne? Wie ich das jetzt gelesen habe. Diesen Planet. Ich könnte jetzt hier hingehen und sagen, ich mache jetzt noch Nebenmissionen. Ich mache mich mal ganz schnell aus dem Staub, Alter. Ich dachte hier, wenn alle Gegner jetzt erledigt, aber so ein Crap. Ich habe die voll nicht gesehen. Und so hätte ich die auf jeden Fall jetzt nicht schaffen können. So, ich renne mal raus. Feige wie ich bin. Verlasse ich jetzt einfach mal die Heldenmission. So. Abgeschlossen. Bei der nächsten Folge werden wir hier auf jeden Fall noch diese Nebenmissionen machen. Dann können wir bald Taris schon wieder verlassen eigentlich, ne? Ist ja auch nicht allzu riesig, dieser Planet. Und alle jetzt eher mal so ein bisschen kleiner. Ich möchte jetzt gerne nochmal zum Lehrer. Ausbilder hier. Da ist er. Wo bin ich? Gut. Dann gehen wir nochmal zum Ausbilder. Leute, jetzt ist der mir jetzt hier markiert. Ich weiß es gerade, um ehrlich zu sein. Ich muss auf jeden Fall in die Richtung. Versuche mir jetzt hier einfach mal vorbeizuschleichen. Wie gesagt, ich wollte, ich habe euch ja gesagt, wir wollen jetzt mal gucken, was wir beim Ausbilder lernen können. Und dann sind wir eigentlich durch. Müsste ich im Umgang noch mal ein paar Medikits holen. Da taucht ja noch einen auf, Alter. Aber wir schaffen das doch, das das kriegen wir ja diesmal hin auf dem Schirm. Super. Hab die Gegner voll nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, alleine komme ich bei dem Spiel besser. Klar. Also ich verstehe auch mehr, weil ich kann mich auch voll und ganz so, wenn man mit anderen Leuten aufnimmt. Man ist ja eher mehr im Gespräch irgendwie eingewickelt und so. Und ist da immer ein bisschen beschäftigt mit denen. Und wenn ich jetzt alleine aufnehme, dann konzentriere ich mich voll und ganz irgendwie auf das Spiel. Auch auf die Story und so. Das kann ich, wenn ich jemanden zusammen aufnehme, nicht unbedingt machen. Aber es macht mehr Spaß. Auf jeden Fall, ne? Das macht auf jeden Fall mehr Spaß zusammen. Aber von der Story kriege ich da nicht immer so viel mit. Da laufen, boah, da laufen drei Spieler rum. Wie geil ist das denn? Drei Leute laufen hier rum. So, ich will jetzt... Wie komme ich denn jetzt da drüben hin? Wenn ich jetzt weiter nach hier laufe, dann... Ich versuche jetzt einfach mal irgendwo hier... ...den richtigen Weg zu finden. Ah, ich verstehe. Ich gehe einfach mal dem... ...den Weg. Ich folge dem Weg mal. Weil da kann mir nichts passieren. Hier sind ja keine Gegner drauf. Schade, dass ich noch keinen Mount habe. Dass ich nicht irgendwie reiten kann oder so. Aber wir sind schon Level 17, ja? Hut ab. Ich glaube, 66 Folgen oder so. Level 17, das ist... ...richtig schwach. Andere sind in... ...keine Ahnung, 30 Folgen schon 17 oder... ...weit drunter. Und ich brauche einfach so ultra... ...einfach so ultra lang. Ich... Warte mal, ich kann doch auch Schnellreise machen, ne? Ich dummele. Na klar kann ich das. Ey, ich bin so schlau, Leute. Das ist, weil ich das so selten benutze, diese Schnellreise. Aber das spart ja ultra viel Zeit. Und so oft, wie ich die benutze... ...so oft, so selten, wie ich die benutze... ...äh... ...die lädt sich ja immer wieder auf. Und da muss man ja jedes Mal den irreweiten Weg zurücklaufen. Jetzt bin ich mittlerweile... ...jetzt bin ich schon wieder hier. Und der Markt ist ja gar nicht so weit entfernt. Gehe ich eben nochmal zum Lehrer. Jetzt habe ich alles so im Inventar. Kann ich eigentlich, denke ich mal... ...viele von verkaufen. Dann suche ich gleich nochmal den Händler auf. Da ist mein Ausbilder. Sehr geil. Es gibt viel zu lernen. Man muss nur wissen, wo. Hier die Botschafter. Hier die Schatten. Botschafter bin ich ja nicht. Kann man das irgendwie auch umstellen, dass man dann... ...sag ich mal hier die Botschafter... ...ja, okay, ich bin hier die Schatten. Okay, ganz normaler Jedi halt. Tarnung. Neue Fähigkeit erlernt. Tarnung? Aktiviert den Tarnmodus in deiner Bewegung. Oh, nice. Wirbelstoß verursacht. Das ist ja nice. Kampftechnik. Verbraucht deine gesamte verfügbare Macht, um... ...dich in Kampftechnik zu... ...bedienen, wodurch deine Nahkampfangriff... ...eine Chance von 100% zu einem körperlichen Schaden. Also was ähnliches wie... ...Schattentechnik. Hm. Machtbruch. Findet... ...und durchdringt den... ...Buchpunkt, okay. Gedankenkontrolle. Wie geil ist das denn, Alter? Technikmeisterschaft. Und Bewachen. Aber wo ist sie jetzt Technikmeisterschaft? Boah, ich muss erst mal drauf klarkommen, dass ich hier zu viele Fähigkeiten habe. Lebe du wohl, junger Jedi. Warte mal, ich muss jetzt mal kurz gucken. Wo meine Skills sind. Ah, da. Auf P, Fähigkeiten. Äh... ...schatten. Was war denn das? Passiv. Wirbelstoß. Das war das, glaube ich. Ach, das ist passiv. Okay. Okay. Also keine aktive Fähigkeit. Die Fähigkeit ist auch cool. Das ist jetzt hier nochmal. Bewachen. Während der Dauer des Effekts leidet der... ...bewachte Spieler 5. Die testen wir dann in der nächsten Folge mal aus, würde ich mal sagen. Die neuen Fähigkeiten. Ich kenne die ja jetzt noch nicht. Ihr schon vielleicht. Ach, ich kann hier noch eine Quest annehmen, siehste. Gut. Dann suche ich jetzt eben nochmal nach dem Händler. Hier ist nämlich keiner. Dann kann ich hier... Wenn ich jetzt nicht vergesse, dann werden wir die Quests auf jeden Fall mal annehmen. Ich suche jetzt erstmal nochmal ein paar Händler auf. Sind überall Händler. In dieser Bucht hier. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Sachen, die ich nicht brauche. Ja, was soll ich hier mit, ne? Flinte. Ach, Streukanonen, okay. Schwere Rüstung. Schwere Rüstung. Schwere Rüstung. Ist doch das von Quysen, ne? Ja, der hat ja seine Sachen an. Joa. Hat mich sehr gefreut. Was verkaufen die anderen eigentlich alle? Seht euch ruhig um. Alles, was ihr hier seht, ist zu verkaufen. Okay. Er. Verkauft nix. Seht euch die Ware an. Womit kann ich die? Verbesserungen. Na ja, ist ja auch wurscht. So. Ah, ich kann reparieren. Warte mal. Dann repariere ich nochmal meine Ausrüstung. Seht euch die Ware an. Womit kann ich die? Ja. Repariert. Hat mich sehr gefreut. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die, wie gesagt, wir testen dann beim nächsten Mal die Fähigkeiten, die wir, äh. Die wir haben aus. Leute, was verkauft denn der hier? Gleiterhändler. Nice. Kann ich mir den Gleiter hier kaufen? Das ist mein Angebot. Seht euch schnell um. Äh. 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 Erhöhtes Bewegungstempo. Kann ich das einfach so benutzen? Kreuzer. Patrouille. Wachmann. Stürmer. Ich nehme mal den Stürmer. Du bist im Begriff über Stürmer zu kosten kaufen. Dieser Vorgang ist ungült. Ich möchte sofort fahren. Steht da. Gratis Spieler zahlen bei diesem Gegenstand einen höheren Preis. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Und du? Das sieht ja geil aus. Schaut euch das mal an. So sieht der dann aus. Der Stürmer. dir fehlt die Gegenstand. Was? Dir fehlt die Fähigkeit. Ähm. Jetzt habe ich schon mal den Gleiter. Aber mir fehlt immer noch die Fähigkeit. Wenn ihr was seht, was euch gefällt, gebt mir ein Zeichen. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Wie erlern ich denn die Fähigkeit? Wollen wir mal kurz auf der Karte gucken. Schnellreise Punkt. Ressourcen passt. Warte mal kurz. Das ist mein Angebot. Seht euch schnell um. Wenn ich den zu ihr verkaufe, habe ich hier mein ganzes Geld. Leute, wir kaufen uns eins, aber ich weiß, ich habe halt jetzt hier mal die Fähigkeit noch nicht. Wie kriegt man die? Sagt mir das bitte mal. Wenn ihr das jetzt hier bis hierhin geguckt habt. Das wäre echt nett, wenn ihr mir das schreiben könntet. Dann würde ich gerne mal so ein Teil haben. Ich habe ja das Geld dafür. Und dann machen wir, wie gesagt, wir müssen dann die Fähigkeiten nehmen die Quest hier unten noch an. Hier unter uns war die, wenn ich das jetzt nicht vergesse, dann machen wir die Quest oben noch fertig bei Taris und dann mal gucken, was dann auch noch dazu kommt. Also, bis zum nächsten Mal. Das war eine XXL-Folge. Tschüss.